Was? Ist die Bundestagswahl schon vorbei? Ach, die Zeit will doch wieder nicht rumgehen. Also, seit vier Jahren warte ich darauf, dass der deutsche Wähler sich endlich gnädig entscheidet. Nicht nur, weil er immer alles selber bestimmen will. Dabei bestimmt ja der deutsche Bundeskanzler die Richtlinien der Politik. Hallo. Wenn also jemand denjenigen bestimmt, der die Richtlinien der Politik bestimmt, bestimmt ja praktisch der indirekt die Richtlinien der Politik. Das ist eigentlich Amtsanmaßung des deutschen Wählers. Was? Hätten Sie mich gefragt? Ich hätte Ihnen vor vier Jahren als Bundeskanzler schon längst sagen können, wie die Bundestagswahl 2017 ausgeht. Und der deutsche Wähler hätte sich nicht schuldig machen müssen. Ah. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Wir haben es vorher gewusst, aber wir hätten es nicht verraten in der Matthäus-Hüchling-Show. Guten Abend dazu und herzlich willkommen. Wir sind ja kein demoskopisches Institut. Die verpässt immer alles vorher. Kein Wunder, gibt es so viele Nichtwähler, weißt du? Aber wer guckt sich den Krimi noch an, wenn er den Mörder, wenn er den Täter vorher kennt? Seit Wochen und Wochen und Monaten verbreiten Forser und Allensbach, Ja, also Frau Merkel liegt bei um die 40 Prozent und die SPD bei um die 20 Prozent. Da sagte ja Martin Schulz schon vor Wochen. Oh, das kann knapp werden. Dabei fängt ja die eigentliche Spannung erst an am Tag nach der Wahl. Und sie dauert vier Jahre. Erst dann wird man wissen, wer der Täter ist, wer schuldig geworden ist, wer es wieder nicht gekonnt hat. Bis dahin gilt erstmal, ob Vorderwahl oder Nachderwahl, ist völlig egal. Jetzt wollen wir erstmal wissen, wer verliert denn nun eigentlich? Und da ist, haben Sie gesehen, das Fernsehduell, das ist doch ganz klar, verlieren tut auf jeden Fall. Na, na, der, na, ah, der Wähler, der Wähler natürlich. Obwohl der gar nicht zur Wahl steht. Ich war selber schuld, möchte man sagen. Deswegen ist er auch nie dabei bei diesen Elefantenrunden. Nee, nee, sogar nicht bei der Elefantenrunde, die wir heute haben in der Matthias-Richtling-Show. Mit Vertretern der größten schuldigen Parteien. Mit Winfried Kretschmann. Mit Angela Merkel. Ja, mit Martin Schulz. Und mit Christian Lindner. Ja, die wir jetzt alle ins Studio bitten. Kurze Frage an die Regie. Sind die Beteiligten schon fertig für unsere Runde? Aha. Martin Schulz ist noch in der Maske. Ja, kann ihn jemand holen, bitte? Danke. Na. So, fertig, der Bart. Die Haare oben fielen noch. Achso, ich hab ja gar keine. Was soll ich denn da sagen jetzt? Ich werde sagen, ich werde, liebe Genossen, Genossen, es sind nur die anderen Parteien da, oder? Ja, ich werde sagen, dann werde ich sagen, ich mach den Schulz, werde ich sagen, aus Würselen, mit Alkohol und Buchhandlung und Fußballerfahrung, werde ich sagen. Ich bin immer noch stolz auf das neue Amt. Das hätte keiner geglaubt, dass die SPD wieder einmal einen Kanzlerkandidaten stellt. Und der will ich auch bleiben, ich, ach, das ist aus meiner Antrittsrede im Januar, ich, äh, oder wie war ich? Ich, äh, ich, äh, ich werde sagen, ich werde sagen, liebe Kollegen, werde ich sagen, ich werde Bundeskanzler von Deutschland, werde ich sagen. Und das würde ich nicht, wenn sich mal Gabriel mir nicht die SPD geschenkt hätte. Und, äh, das ist heute noch für mich eine Freude, über die mich freue, mit solchen coolen Augen, wie über eine Jugendzeitplatte von Bob Marley. Ich denke, das ist ein Applaus wert, liebe... Achso, muss ich selber klatschen, oder ist Publikum da? Also, ich werde, ich werde sagen, ich mach's anders. Ich, äh, ich werde sagen, die Bundestagswahl ist gelaufen. Ich, äh, ich, äh, ich glaube, ich rede frei. Also, die Bundestagswahl ist gelaufen. Wir, die SPD, wir haben den Puls am Daumen der Zukunft. Und das sage ich nicht umsonst. Wir haben alles getan, um qualifiziert zu sein. Wir haben Autogramme geschrieben und Kugelschreiber verteilt. Und damit sind wir qualifiziert, das Bundeskanzleramt zu stellen. Und wenn ich Amtsmissbrauch anprangere und gleichzeitig, äh, EU-Tagegelder abzocke, äh, oder Gert Schröder gleichzeitig, äh, äh, russische Interessen vertritt, dann doch nur, weil wir die SPD alle Gesellschaftssichten von oben bis unten vertreten, in dieser Gesellschaft. Ich werde die SPD nicht auf die lange Bank schieben. Ich werde, äh, ich werde, äh, die SPD schon im geflügelten Wort machen. Und wenn wir schon nicht an der CDU vorbeikommen, dann kann die SPD sich selbst überholen. Die SPD ist mein Feldversuch. Wie war ich? Super! Also, Martin Schulz wird wohl noch lange nicht fertig. Also, dann bitten wir schon mal die Bundeskanzlerin ins Studio und begrüßen in der Matthias-Richtling-Show die neue Abkanzlerin von Erdogan und Trump, Doktor Frau Angela Merkel. Moment, 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 ich bin ja gar nicht fertig, was ist denn? Also, wie sehen Sie denn aus, sagen Sie mal? Ja, also, wenn ich berufen werde, komme ich, egal wie. Wir haben gleich die Elefantenrunde. Ja, ja. Ja, mit den anderen Parteispitzen. Was? Ja, mit Kretschmann und Schulz und Linter. Was? Ja, wir diskutieren nur über die Bundestagswahl. Ja, ja, ich weiß. Ach, also, sind Sie denn überhaupt vorbereitet, sagen Sie mal? Ja, natürlich bin ich vorbereitet. Ich werde sagen, ich, äh, ich, äh, werde mich bei mir bedanken, herzlich für einen hervorragenden Wahlkampf. Was? Der es auch mir leicht gemacht hat, mich zu wählen. Das war keine leichte Entscheidung. Aber ich wusste, wenn ich mir meine Stimme gebe, bin ich mir gegenüber in der Pflicht. Ja, das werde ich sagen. Ja, gut, Sie werden also Stimmen bekommen haben, klar, aber die übliche Frage ist ja, woran liegt's? Ja, ich war gut aufgestellt. Aha, ich bin angetreten gegen Deutschland. Was? Ich habe Deutschland achtbar geschlagen. Das Land war ein würdiger Gegner, also es braucht sich seiner Niederlage durch meinen Sieg nicht zu schämen. Aber ich erwarte, dass Deutschland ein fairer Verlierer ist. Ja, Moment, Sie sind doch angetreten gegen die SPD, denke ich. Also das Wort SPD ist wirklich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu viel an Schleichwerbung. Pardon. Die SPD ist auch kein Gegner, schauen Sie sich die doch mal an. Ja, wie soll es denn da weitergehen, wenn nicht SPD? Wäre FDP ein zukunftsbezogener Koalitionspartner für Sie? Das ist durchaus möglich, wenn denn Herr Lindner mal rauskommt aus dem Make-up-Studio. Nicht wahr, kann ja mal nicht schön genug sein. Na, na, da gucken wir mal nach, nicht wahr? Da gucken wir mal nach. Da gucken wir mal nach. So, Sie bitten, gerne hier noch etwas Hand anbieten, die Haare nicht zu weit links, sonst reicht es wieder Nähe zur Wagenknecht. Und die Haare ein bisschen oben verwuschelt, sie waren teuer genug. Ja, das gibt mir die Namen. Ich mache es selber, lassen Sie es gut sein. Ich muss sowieso noch meinen Text üben. Also, ich werde sagen, wir die FDP, ich die FDP, ich habe die Wahl gewonnen. Und zwar im Vorfeld, meine Damen und Herren. Wir die FDP, wir sind die Lücke, in die sich Deutschland zurückziehen kann. Das ist sehr gut. Macron, der muss unbedingt rein. Macron hat doch seine Wahl nur gewonnen, weil er aus dem Nichts kam. Vor drei Jahren kannte ihn niemand, so wie die FDP vier Jahre lang niemand kannte im Deutschen Bundestag. Wir die FDP, wir sind das Nichts und das Nichts wird schneller gewählt, weil man von ihm keine Vorstellung hat. Hervorragend. So wie man auch keine Vorstellung hat, wie Wirtschaft und Politik zusammenhängen. Wir die FDP, wir sind die Kombination von Wirtschaft und Politik. Gerd Schröder, der hat es kapiert. Ja, der hat es kapiert. Der war als kleiner Bundeskanzler in der Politik Laufbursche für die Wirtschaft und hat jetzt ungeahnte Aufstiegsmöglichkeiten bei Gazprom und Rosneft. Das muss unbedingt rein. Bei Gazprom und Rosneft. Das wird ihm kaputt gemacht, weil man wegen Demokratie und Menschenrechten diesen Zusammenhang leugnet zwischen Wirtschaft und Politik. Nein, meine Damen und Herren, ich sage, wir brauchen mehr Jobs bei Putin. Lasst uns die Sanktionen beenden. Hervorragend. Denn die Krim ist nur ein dauerhaftes Provisorium. Ein Aufschrei. Ja, ja, ja. Die DDR war 40 Jahre lang ein dauerhaftes Provisorium. Und wer hier sagt, meine Damen und Herren, die Krim ist dauerhafter Völkerrechtsbruch, dem sage ich, auch dauerhafter Völkerrechtsbruch kann ein dauerhaftes Provisorium sein. Nein, meine Damen und Herren, das ist doch das, was Vladimir Putin so wunderbar gesagt hat. Ja, sagt er, die Krim war immer russisch. Wir haben sie ihm so verschenkt. Na, was hättet ihr gesagt, dass wir, wenn wir euch beschimpft hätten, als ihr euch 1990 die DDR unter den Nagel gerissen habt, gebt uns Ostdeutschland zurück, dann kennt ihr von mir aus, die Krim haben, sagt doch Putin. Das hat er doch gesagt. Er hat gesagt, Frau Merkel ist doch wahrscheinlich froh, dass wir uns die Krim genommen haben. Ich meine, sie hat mir bereits im Austausch für die Krim Teile von Ostdeutschland angeboten. Ich meine, es war Dresden wegen seiner Pegida. Ja, ich bin nämlich auch ein guter Imitator. Aber bitte, bitte, naja, ein bisschen kokettieren darf man doch. Manchmal bin ich so gut, dass ich gar nicht weiß, wer aus mir spricht. Ah, ein Geschenk von Vladimir als Wertschätzung für meine Arbeit. Mh, so, das hat jetzt Spaß gemacht. Frau Merkel, ist denn Herr Lindner so noch kompatibel als Koalitionspartner, also müssen Sie selber sagen. Ach, also Koalitionspartner stören mich prinzipiell nicht, Koalitionspartner sind Aushängeschilder. Für uns von der CDU gilt, da weiß jeder Arbeitslose, jeder Wähler, jeder Rentner und jeder Kranke, auch kleine Gewinne lohnen sich schon. Nicht jeder, der CDU gewählt hat, geht danach nach Hause mit einem neuen Auto oder mit einer neuen Küche. Das große Los sind wir schon von der CDU. Aber auch für uns gilt, ob Staatstrojaner oder Steuermehreinnahmen oder Dieselautos, der Rechtsstaat ist ausgeschlossen. Aha. Wäre denn auch mal Schwarz-Grün mit Herrn Kretschmann eine Option für Sie? Ja, jetzt hat erstmal der Wähler das Wort und wir hatten 61 Millionen Wahlberechtigte, davon haben vielleicht 43 Millionen gewählt. Aber können Sie sich vorstellen, wie lange das dauert, bis da jeder was gesagt hat. Aha. Also heißt er, Herr Kretschmann ist jetzt erstmal wieder auf sich alleine gestellt. Naja. Nachdem sich der Dicke tatsächlich hinter das Lenkrad klemmt und der Doofe den Motor anwirft, wird auch dem letzten Zweifelnden in aller Deutlichkeit klar, dass sich hier eine Tragödie allergrößten Ausmaßes anbart. Ja gut, also ja sag mal, das ist doch noch der alte Winterkorn und der Zetsche oder wie oder was. Haben die das vor 90 Jahren schon gewusst, dass die beim Diesel betrügen und sich dann totlachen da, der Trieber. Aber wenn man die Information gehabt hätte bei dem Gipfel, dann wäre es aber anders ausgegangen. Ah, Herr Kretschmann, ich wäre es. Ja, dick und doof. Also ich muss doch sehr bitten, Herr Kretschmann. Ja, 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 das dickne mich zurück natürlich. Das ist ja selbstverständlich. Was ist denn? Was machen wir jetzt mit diesem Diesel, wollte ich fragen. Ja, ja gut, also wir haben ja einen Gipfel gehabt und haben auch einen Kompromiss hergestellt. Ja, ja, der war aber sehr spärlich. Und außerdem wird ja nur diese Software abgedatet. Ja gut, also aber die Software, wie Sie sagen, die hält ja länger als ein Auto heutzutage. Sie sind ja für den Diesel, gell? Ja, ja, und also, weil ich die Relationen kenne. Durch Unfälle mit dem Diesel und anderen Autos sind im Jahr 1970 ca. 20.000 Leute umkommen auf der Straße. Im Jahr 2016 waren es gerade noch 3.200. Das mussten wir doch mitkalkulieren. Das ist doch einfach unbescheiden, sich zu echauffieren über Feinstaub und Allergien und Huschen etc. Wenn man durch neue Verkehrssicherheit dermaßen lange überlebt hat, das müssen doch Leute auch wie Sie einsehen. Ja, aber da sind Sie sich ja nicht grün mit Ihren Grünen. Ja, das geht Sie gar nichts an. Das ist ja politischer Ehealltag. Das hat die FDP auch erfahren müssen in der vorletzten Legislatur, dass sie nichts durchgekriegt hat bei ihrer Frau Merkel. Das ist eine Sache, die die FDP sogar kennt. Wo ist jetzt da der Zusammenhang? Das verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich will nur sagen, dass die Grünen nach ihren Querschüssen froh sein können, wenn ich die Koalition mit Ihnen überhaupt noch fortsetze, wie Hannah Arendt greift wohl sagt. Ach ja, Herr Kretschmann. Frau Merkel, würde es nicht wirklich mal Zeit für Schwarz-Grün, nachdem Sie ja schon mal Herrn Kretschmann fast zu Bundespräsidenten gemacht haben, wäre es doch mal Zeit, dass Sie auch fast, aber nur fast. Die Grünen haben ja immer Angst, zu nah an meiner Politik zu sein und dass ich sie dadurch so groß machen würde, dass Auffähle, wie klein sie eigentlich sind. Also die Grünen wären nicht mehr erkennbar als Grüne, oder? Was meinen Sie? Ich meine, dass die Grünen nicht in der Lage sind, flexibel auf Kompromissvorschläge einzugehen. Ja, Sie meinen beim Diesel, gell? Ich meine beim Auto allgemein. Die Grünen wollen ja bekanntlich Tempo 30 in der Stadt und 120 auf den Autobahnen. Aber Sie gehen nicht auf meinen Gegenvorschlag ein. Ja, und der wäre? Der wäre? Was wäre der? Der wäre, der wäre, der sich anbietet. Wir haben also dauernd Staus auf den Autobahnen. Soll ich Ihnen helfen? Desolate Brücken, nicht wahr und gar kaputte Straßen, die müssen renoviert werden. Wir haben dauernd Sperrungen und wir haben dauernd Unfälle. Also bietet sich doch einen Gegenvorschlag an und sagen, wir drehen es einfach um. Tempo 30 auf den Autobahnen und 120 in der Stadt. Bringt viel mehr. Das können Sie gleich mal mit Herrn Kretschmann in der Elefantenrunde besprechen, wenn es so weit ist. Er ist noch nicht fertig. Sie kennen Herrn Strobel nicht. Ich müsste auch mal. Nee, den kenne ich tatsächlich nicht. So. Ah! Herr Kretschmann, ich bin's nochmal. Ja, ich sehe es. Sie, wie soll denn das jetzt weitergehen, wo die Industrie dermaßen unbeweglich ist bei diesen falschen Abgasangaben? Ja, gut also. Ja, also vielleicht könnte man ja die Abgaskontrollen integrieren in die neue Terrorverhandlung. Was? Wo doch der Herr Demmeseire jetzt diese Videoüberwachung macht. Die könnte man hier nicht nur platzieren auf öffentlichen Plätzen, sondern eben auch in den Büros und den Versuchslaboren von VW und Daimler, wo man den Diesel nachbessert. Also, jetzt klären wir erstmal, wo man Sie nachbessert. Also, wo man Sie, wenn man dick und doof anschaut, das waren noch Zeiten, das muss man schon sagen, wissen Sie. Vor 200 Jahren, da sind die Leute gestorben mit circa 30. Heute wird jedes zweite Kind, was geboren wird, 100. Ja, da muss man doch mal akzeptieren, dass offenbar der Feinstaub eine lebensverlängende Wirkung hat. Das kann man doch nicht leugnen. Könnte man nicht, bei den Tests, da waren doch die Abgase in Ordnung. Könnte man nicht die Innenstädte ausbauen als Teststrecken? Also, jetzt reicht's wirklich. Ich muss zur Elefantenrunde zum Donnerwetter nochmal. Ich glaube, die Lösung liegt dann doch bei dick und doof. Ah, bei dem alten Winterkorn und beim Zätsche, meine ich noch nicht. Es wird jedem Einsichtigen klar sein, dass unsere beiden Verkehrssünder nach diesem Beamtenmissbrauch streng mit fünf Jahren Gefängnis bestraft werden mussten. Frau Merkel, bleibt es denn dabei, dass... Dabei bleibt es auf jeden Fall. Aha, und wie sehen die nächsten vier Jahre dann aus? Ja, ich habe eine Vergangenheit hinter mir und auch eine Zukunft. Ich kenne die Probleme der Menschen. Das heißt nicht, dass ich sie lösen kann. Aber den Menschen reicht es oft, wenn man weiß, dass sie ein Problem haben. Das ist ja das, was Herr Schulz Ihnen vorwirft, dass Sie nie etwas Konkretes von sich geben. Ja, jetzt auch wieder. Wo ist das denn konkret, was Sie jetzt... Herr Schulz ist ja erstmal zum Briefbeschwerer seiner Partei geworden. Mit dem hat die SPD ja wirklich den Notnagel auf den Kopf getroffen. Die SPD steht jetzt erstmal am Anfang eines langen Konsol... 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 Konsolierungsprozesses. Ja, was soll ich da sagen? Kurze Frage an die Regie. Ist denn Herr Schulz inzwischen fertig? Ziemlich. No? Ja. So! Oder soll ich was ganz anderes sagen? Das Terrorthema ist wichtig. Ja, wie das ist... Aber wichtig ist auch, dass wenn ich gegen den Terror wettere, dass hinter mir ein SPD-Mitglied steht, das lacht und winkt und singt. Mach mal! Denn ich rede gegen Barcelona und gegen den Terror, um dem Terror die Ernsthaftigkeit aus dem Terror herauszunehmen. Das ist mein Ziel. Das wollen wir. Und dafür werde ich Bundeskanzler von Deutschland. Das ist mein Plan, das steht mir zu. Denn ich habe die beste Qualifikation, denn ich habe die besten Ideen, die ganz ureigen sind, Gerechtigkeit und Arbeit und Bildung. Das ist mein eigenes Vokabular und meine eigenen Ideen. Damit werde ich gewinnen. Dafür bin ich der Richtige, weil ich den Menschen sage, wir brauchen eine Augenhöhe. An die wollen wir ran. Wenn ich den Menschen sage, ja, wir haben in Deutschland ländliche Räume, aber auch Ballungszentren. Und da werden die Leute sagen, das verstehen wir. Wenn ich ihnen sage, wir brauchen Kita-Plätze, die wollen wir von der SPD aber kostenlos haben. Und dann werden wir sehen, dass wir aber zu viele Menschen haben, die einfach in Nebenjobs sich beschäftigen und gar keine Zeit haben für Kinder. Und deswegen wollen wir von der SPD, dass mehr Leute weniger arbeiten, damit sie mehr Zeit haben, Kinder zu kriegen, die sie in kostenlosen Kita-Plätzen unterbringen, damit sie dann als Arbeitslose frei sind für neue Jobangebote. Das ist mein Ziel und ich weiß natürlich, dass in Umfragen nur 20% der Wähler die SPD wählen wollten, aber von den Nichtwählern, da wollten uns 80% nicht wählen. Da haben wir die Nase vorn. So, jetzt zeige ich es denen. So, Frau Merkel, jetzt wird es aber wirklich Zeit für unsere Runde. Ich darf Sie bitten, die anderen Herrschaften, Sie sagen, ja, Herr Kretschmann, Herr Schulz, Herr Lindner sind schon da. Ich war, wenn Sie vielleicht... Ja, aber was soll ich denn mit Ihnen reden? Herr, lassen Sie doch einfach reden. Ach, so weit kommt es noch. Da rede ich lieber durchgehend. Oh. Ich muss ja nichts sagen. Wie immer. Naja, ja, bitte sehr. Buchhaft liebe Zeit. Bitte, wenn Sie darüber, also, naja, also, ja, meine Damen und Herren, die Parteien stellen sich dem Publikum in der Matthäus-Riechling-Show, haben Sie aus dem Publikum eine Anfangsfrage vielleicht für unsere Spitzenpolitik? Ja, ja, bitte schön, ja, ja. Eine Frage an Frau Merkel. Ja, aha, Frau Merkel, bitte schön, ja, Frau Merkel. Das fängt ja gut an. Ja, bitte. Frau Merkel, was können Sie denn tun, dass Herr Schulz endlich auch mal Erfolg hat? Frau Merkel, möchten Sie antworten? Frau Merkel, haben Sie gefragt? Ja, also, dazu ist zu sagen, ich habe als deutscher Bundeskanzler elf Jahre lang hervorragende Arbeit geleistet. Ich habe Deutschland stabil gehalten. Die Bruttolöhne sind heute genauso hoch wie vor elf Jahren. Das gibt den Menschen Planungssicherheit. Wenn Sie wissen, was sie mir heute nicht leisten kann, kann ich mir morgen auch nicht leisten. Na, also, Frau Merkel, wenn ich die Frage mal wiederholen darf, es ging ja um Herrn Schulz, wenn ich das richtig verstanden habe. Herr Schulz ist doch gar keine Frage. Herr Schulz ist ja nicht meine Antwort. Wenn ich zu mir vielleicht etwas sagen dürfte, ich... Nee, also, Sie wirklich nun wirklich nicht. Um Sie geht es ja nun gerade. Also, meine Damen und Herren, möchte ich gerne sagen, die FDP hat die Wahl gewonnen, weil es einen neuen Drang gibt zu altem Freidemokratismus, in dem wir nicht nur reden müssen über Deutschland, sondern auch über das, was weit entfernt ist von Deutschland, Nordkorea, China und die Liberalen. Also, die Ursprungsfrage war, wenn wir was sagen, war, ob Frau Merkel was macht, damit der Herr Schulz sieht. Und die Frage zeigt natürlich, wie wenig der Herr Schulz machen kann und an welchen kurzen Fäden der Politiker als Hampelmann hängt, dass also Politik quasi ein Tierversuch ist, um zu beweisen, wie sehr der Geistespolitiker von anderen manipuliert wird. Das möchte man doch austragen. Wenn ich als Martin Schulz zu mir vielleicht endlich... Nein, Sie sind jetzt erst mal gar nicht dran, jedenfalls nicht in Deutschland. Genau, wenn ich also was zu Herrn Schulz sagen darf. Ich habe die Homo-Ehe eingeführt. Moment, das war ich eindeutig. Ich habe den Mindestlohn eingeführt. Das war die SPD eindeutig. Ich habe den Klimawandel eingeführt. Eindeutig. Zusammenfassend zu sagen, und dann ist das Thema Schulz auch wirklich durch. Ich bin dankbar für jede Krise, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, AfD-Krise. Sie hat den Menschen gezeigt, jemand anders außer mir hätte Ihnen auch nicht helfen können. Ich werde Bundeskanzler! In welchem Land denn? Ich werde deutscher Bundeskanzler und ich... Naja, also ob Sie einen deutschen Bundeskanzler brauchen in Burkina Faso, das möchte ich ja noch weiter hingestellt sein lassen, Herr Schulz. Nee, eben nicht. Und deswegen wollen wir von der CDU auch für die SPD maximal eine privilegierte Partnerschaft, schon um zu verhindern, dass die Flüchtlingskrise sich ausweitet. Genau. Wenn noch mehr oder noch viel mehr oder eine ganze Menge SPD-Mitglieder eventuell flüchten, sogar in die Türkei, da brauchen wir wieder ein neues Abkommen mit Herrn Erdogan. Oder flüchten wie Herr Schröder nach Russland, kann alles sein. Das wollen wir verhindern. Ich werde deutscher Bundeskanzler in Deutschland, weil ich die... Herr Schulz, bitte Herr Schulz, Sie wären doch als Bundeskanzler eine ganz schlimme Nahtoderfahrung für die Deutschen, die den Deutschen nur eines gibt und eines nimmt, die Angst vor dem Tode, Herr Schulz. So, das hat jetzt Spaß gemacht. Also wenn ich vielleicht noch mal... Wir sind doch schon viel weiter, Herr Schulz. Ach, lassen Sie es doch gut sein. Da muss ich Ihnen recht geben, auch weil es keine Koalitionsaussage ist für Jamaika. Oh, schade. Aber man sollte es Bad nicht ausschütten, wenn das Kind schon verbrannt ist. Aber Herr Lindner, mäßen Sie sich doch... Ich heiße Gretschmann, also wirklich. Achso, Entschuldigung. Bitte. Die Alternativlosigkeit von Merkel, von Merkel ist das Liefern Sie, sage ich, liefern Sie... Eine Pizza für den Herrn. Sie haben... Was? Sie haben die Politik auf den Kopf gestellt. Da hätten Sie halt rechtzeitig Handstand üben müssen. Mit der SPD wird es eine andere Regierung geben als mit der bisherigen Regierung. Ach, die SPD, die hat doch mitregiert bisher. Was wollen Sie denn? Achso, aber mit mir wird es keinen Missbrauch von Tagegeldern zum Beispiel... Die haben Sie doch missbraucht im Europaparlament. Was soll das denn nun wieder? Achso, ja, dann habe ich sonst nichts. Ja, also, wenn ich da mal einschalten darf, mich... Also ich denke, es kommt ja auch immer auf den Blickwinkel an. Und da bin ich mit mir ein. Ich glaube, insgesamt, wenn ich sage, wir brauchen mehr Blickwinkel, Ja, und deswegen haben wir beide uns ja auch schon getroffen, nicht? Ja, 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 ich will sowieso nicht mitregieren. Wie waren denn die Treffen? Die waren sehr entspannt, Herr. Aber rausgekommen ist wohl nichts dabei. Ja, sonst wäre ich entspannt gewesen, nicht? Ja. Tatsache ist, es gibt überhaupt keinen Grund für irgendetwas. Und das hat ja auch die Bundestagswahl gezeigt. Nein. Wenn ich vielleicht noch mal das Thema Gerechtigkeit... Ah, nee, also, nee, Sie schon wieder mit Ihrer ollen Gerechtigkeit. Also, ich muss Ihnen sagen, vielleicht auch noch gleiche Rechte für Frauen oder Würde des Menschen. Und was Sie sonst noch alles aus der Klamottenkiste holen, das müffelt ja alles schon. Haben Sie wenigstens Mottenkugeln dabei, Herr Schulz? Also, Tatsache ist, wir haben überzeugt von der CDU. Wir sind diejenigen und wir sind welche. Wir werden, wir machen, wir tun und wir sollen auch, wir müssen und wir haben auch. Und das ist auch das Erste, was jetzt in Angriff genommen werden muss. Vielen Dank. Ach so, ja, kann man sagen, wenn ich das abgüß. Und Sie sagen darf, es wird also, wenn ich mir die Debatte so anschaue mit den Kollegen. Keine große Koalition geben zwischen CDU und Grünen. Ja, meine Damen und Herren, damit schalten wir zurück zum Wähler. Und jetzt wissen wir natürlich auch, warum wir Demoskopie brauchen. Wenn wir nur die Ausflüchte der Politiker hätten, wüssten vor der Wahl nicht 40% nicht, sondern 100% nicht, wen sie wählen sollten. Ja, meine Damen und Herren, ich muss ehrlich sagen, nicht wahr? Jedes Mal nach einer Wahl habe ich von meiner Meinung wirklich auch so die Nase voll, dass ich vier Jahre lang jeden Tag mir denke, was habe ich denn da wieder gemeint? Was habe ich da wieder gedacht? Was habe ich da wieder zusammengewählt? Was habe ich mir da wieder eine Meinung dazu gemacht? Deswegen sind auch Umfragen solchen Kokolores, nicht wahr? Weil sie eben nach der Meinung fragen und davon ausgehen, man hätte eine. Denn Deutscher hat nie eine Meinung zu irgendwas. Aber er äußert sie gerne. Guten Abend. Applaus 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 Applaus